Heute mal ein ganz ketzerisches Video. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Flop Commander Legends 2 Battle for Baldur's Gate Dungeons & Dragons und Lord of the Rings Tales of Middle-Earth. Beide kamen direkt vor einem Master-Set. Eins hat sich gnadenlos in den Boden verabschiedet und das andere geht gerade bis zum Mond. Wo ist der Unterschied? Beide Sets kamen im Juni heraus. Beide Sets sind innerhalb von sechs Wochen von einem Master-Set gefolgt worden. Double Masters 2022 und Commander Masters. Beide Sets waren auch Dreh- und Angelpunkt für das Command-Fest in Frankfurt, was in zehn Tagen stattfindet. Und beide Sets haben Chase-Karten. Das seht ihr gerade hier. Ganz links ist der Ancient Copper Dragon in Borderless, 68 Dollar. The One Ring Borderless, 59 Dollar. Diese Preise sind gerade noch Fantasiepreise für Herr der Ringe. Aber nur mal, dass ihr es gesehen habt. Der Ancient Copper Dragon, 58 Dollar, 54 Dollar. Rangers of Ithilien und Glamdring, The One Ring, The Ron Ring, Orcish Bowmasters für Lord of the Rings. Was haben wir noch? Silver Dragon, Baldur's Gate, Spideful Banditry, Lord of the Rings, Gandalf, Orcish Bowmasters, Andoriel, Black Market Connections, Ancient Brass Dragon, Battle Angels of Tear. Hier sind nochmal die Battle Angels of Tear. Also, ja, klitzekleines Vorteil bei Lord of the Rings. Das sind aber noch aufgeblähte Pre-Sale-Preise. Und auch Battle for Baldur's Gate hat Chase-Karten. Und insbesondere hier in diesem Bereich Morphic Pool, Reflecting Pool, Mount Doom ist wiederum Lord of the Rings. Aber was haben wir noch? Spire Garden. Also, es gab auch die Battle Bond-Lander wieder. Und ja eben diese fünf Mythic Rare Dragons, Minsk und Buu, Timeless Heroes, Initiative-Karten, die damals nicht getestet werden konnten, weil es nicht auf MTG Online verfügbar war und mittlerweile Legacy dominiert haben und schon wieder gebannt sind. Wo ist der Unterschied? Warum ist Baldur's Gate in Grund und Boden gedroppt und Herr der Ringe skyrocket gerade? Ich spreche hier explizit von den Collector-Boostern. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Google Trends. Wie gesagt, ketzerisches Video. Ich habe mal Magic the Gathering Baldur's Gate und Magic the Gathering Lord of the Rings vom 01.01.2022 bis zum 14.06.2023 verglichen. Und man sieht grundsätzlich, hier, Google Trends, wenn man das nicht lesen kann, der höchste, die höchste Suchanfrage, also der höchste Wert ist immer 100 und das haben wir vom 28. Mai bis 3. Juni bei Lord of the Rings. Danach haben wir nochmal Lord of the Rings bei 71 und bei 43, 66. Und Baldur's Gate, selbst zum Release, war nur bei 45, 34. Das heißt, ketzerisch ausgedrückt, niemand interessiert sich für Baldur's Gate im Vergleich zu Lord of the Rings. Wir haben hier ein D&D-Set, was ultra nischig ist. Ich selber, Fantasy-Nerd, schlechthin seit über 20 Jahren, habe in meinem Leben kein Dungeons & Dragons gespielt. Ich weiß, dass ich nicht repräsentativ bin, aber ich habe die Herr der Ringe Bücher gelesen und ich habe die Filme gelesen und geliebt und sogar über den Hobbit hinweg geschaut und die Ringe der Macht auch für okay befunden. Im Durchschnitt 5 und 10. Also, Lord of the Rings ist doppelt so oft in den letzten eineinhalb Jahren bei Google gesucht worden, in Kombination mit Magic the Gathering wie Baldur's Gate. Unterschied Nummer 1. Aber nochmal einen weiteren Schritt zurück. Wir gucken uns nämlich mal an, wie haben sich die Preise von Baldur's Gate überhaupt entwickelt. Warum rede ich darüber? Es ist ja, wie ich schon sagte, Gemeinsamkeit ist, es sind beides Sets, die mit einem anderen Franchise verkauft werden, kurz vor einem Masters-Produkt. Und Baldur's Gate ist jetzt genau ein Jahr her und er hat sich nicht so doll entwickelt. Gucken wir uns mal an, wie viel die vor einem Jahr für meine Patreons gekostet haben. Das erscheint im Nachhinein wie utopisch hohe Preise. Ich kann euch sagen, damals waren vor allem die Collector Displays 15 Euro, circa 10 bis 15 Euro, günstiger als bei Card Market und bei anderen Händlern. Bundle 44,99 Euro, Draft und Set Displays 91,99 Euro, Collector Displays 260,99 Euro, Commander Legends, Baldur Gate, Commander Deck Sets 4 Decks 129,99 Euro. Insbesondere die Collector Displays 260,99 Euro, das war wirklich eine Hausnummer. Teurer als alle Collector Displays, die wir je gesehen haben. Davor waren sie immer um die 200 Euro und erst danach bei Command, bei Modern, nee, 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 stimmt nicht. Modern Horizon 2 war bei 290, okay. Aber es war das Modern Horizon 2. Und das hat sich bewahrheitet, dass es gut ist. Merkt euch die Preise 91,99 Euro und 260,99 Euro. Ein Jahr später sind, hier seht ihr übrigens, Vorbestellfrist war der dritte, fünfte Release-Datum, zehnte, sechste, also wirklich genau ein Jahr. Ein Jahr später, die Set Displays, das sind wirklich die schlechtesten Produkte überhaupt gewesen, weil mit den Draft Displays konntest du wenigstens draften. Es war ja ein Commander Legends Set, also du konntest dann Commander draften. Hat auch Spaß gemacht, hat auf dem Command Fest wirklich Spaß gemacht. Und ich habe viele Patreons, die sich die über die letzten Monate noch gesnackt haben, weil die mal hier für 80, da für 75, da für 69 Euro verfügbar waren. Selbst die Set Displays haben sich jetzt nach einem Jahr relativ stabil gehalten. Man hat hier kein Geld verdient, aber auch nichts groß verloren. Auf Englisch 92,99, auf Deutsch 89,45, also 90 Euro. Die Draft Displays, wie ich schon sagte, sind wirklich cool und habe ich auch auf dem Schirm gehabt für 70 Euro, geile Anschaffung. Hier was für 80 Anfang April. Auf Deutsch 96 Euro, auf Englisch 94,99, aber recht wenig. Ab 100 Euro geht es dann wieder los in größeren Mengen. Bei Einkauf TG, da kriegt man übrigens nur 7% Umsatzsteuer ausgewiesen. 100 Euro für die Draft Displays. Okay, sie haben alle 90,99 gekostet. Was ist mit den Collected Displays passiert? Badaboom! Ab 180 Euro von Privat, ab 189 Euro von JK Entertainment auf Deutsch, ab 195,65 Euro auf Englisch. Wir erinnern uns, die waren für 260,99 Euro verkauft worden und das war schon ein guter Deal. Guter Deal im Sinne von, das war woanders noch teurer. Das war offensichtlich kein guter Deal, aber es war woanders noch teurer. Zwischendurch waren die bei JK und bei Games Island für 155 Euro, meine ich mich zu erinnern. Oder sogar 149,99 Euro, irgendwelche Geburtstags, Black Friday, Osteraktionen. 150 Euro, die sind von 260 auf 150 runtergegangen. Jetzt schon wieder annähernd auf 200 hoch. Aber immer noch 60 Euro unter EK damals. Und die Commander-Decks einfach der Gänze halber haben sich gut entwickelt, sind von 130 Euro auf 160 Euro gegangen. Also von 32,50 Euro pro Deck auf 40 Euro. Das wäre theoretisch in einem Jahr eine nette Rendite, wenn man das so betrachtet. Losgelöst von allen anderen. Aber worauf will ich hinaus? Ich habe jetzt euch die Gemeinsamkeit erzählt. Set for a Master Set wird verkauft anhand der IP. Und Herr der Ringe ist ja noch teurer als Baldur's Gate. Lord of the Rings Collector. Die waren nicht bei 260, die waren bei 320. Die sind jetzt auf Deutsch bei 390 und auf Englisch bei 480 Euro. Hier Magic Card Shop verkauft 47 Stück für 699. Ich glaube nicht, dass sie bis dahin gehen. Aber die wurden schon für im Schnitt 476,20 Euro am 11.06. verkauft. Und das sind stolze 200 Euro mehr als Baldur's Gate seiner Zeit. Wir wissen natürlich nicht, wie die Verteilung der Rares Mythic Rares ist. Aber wir wissen, dass dieses Set kein Modern Horizons Niveau hat. Es ist kein Modern Horizons 3. Das heißt, es wird nicht das Modern Format und Commander so stark beeinflussen, wie es zum Beispiel Modern Horizons 2 gemacht hat. Die Mythic Rares sind im Schnitt einen Tick stärker hier als bei Baldur's Gate. Und dazu muss man noch sagen, Ancient Copper Dragon und die Battle Bond Länder, das was hier den Wert ausmachen, wurden subjektiv seltener gezogen als alle anderen Karten. Ich habe viel aufgemacht und viel, viel geguckt. Diese Drachen sind selten. Das könnt ihr mir glauben. Niemand hat diese Drachen aufgemacht. Deswegen sind die auch so teuer. Und die sind natürlich auch gut. Mal schauen, ob die wiederkommen in Commander Masters. Vielleicht ist das sogar ein bisschen zu früh. Wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwann. Der große Grund, warum es dieses Jahr ein wenig anders laufen wird und jetzt sich gerade schon so krass nach oben entwickelt, ist nicht nur hier die Google Trendsuche. Es ist auch nicht nur der eine Ring. Dazu kommen noch die 300 Elbenringe, 600, 500, 600, 700 Zwergenringe, 900 Menschenringe plus dann auch noch 3000, 7000, 9000 Unnummerierte. Die werden alle ihren Wert haben. Es gibt noch einen Faktor, der bei Baldur's Gate außen vor war. Und das ist dieser hier. Lord of the Rings, Boxtoppers, Rams and Relics. Change my mind. Und wenn ihr nicht glaubt, dass diese Dinger das Herr-der-Ringe-Set auffangen werden, schreibt es mir in die Kommentare. In jedem Draft, in jedem Set, in jedem Collector-Booster-Display ist ein Boxtopper. Plus, die können auch noch in den Collector-Boostern so enthalten sein. So wie ihr das aus Zendika Rising kennt. Da waren Fettständler unter anderem drin. Wir haben The Great Henge, Cloudstone, Kurio. Alles in Herr-der-Ringe-Artwork. Ensnaring Bridge, der Osolid, Shadowspear. Ich gehe mal über die Coolen rüber jetzt. Ancient Tomb. Bojookabock. Cabal Coffers. Cavern of Souls. 60, 70 Euro. Safe. Caracas. Wurde schon oft genug drüber geredet. Gereprintet im Lord of the Rings Commander-Set, aber in Commander gebannt. Kleiner Fun-Fact. Was haben wir noch? Reflecting Pool, ja. Pillow of the Paruns, Urborg, Tomb of Yagmoth, Javimaya, Cradle of Growth und Wasteland. Diese 30 Karten können zwischen wahrscheinlich 5 und 100 Euro wert sein in vollen noch mehr. Die fangen für mich das Lord of the Rings, Tales of Middle-Earth Collector-Booster-Display dieses Jahr auf. Und sorgen dafür, dass die nicht auf 150 Euro droppen. Auch nicht auf 250. Würde ich jetzt so sagen. Wie gesagt, change my mind. Heute ein bisschen ketzerisch unterwegs. Ich hoffe, die Post ist so schnell, dass wir dieses Wochenende noch Herr der Ringe-Set sehen. Denn ich habe richtig Bock.